Na? Schule fertig, Abschluss in der Tasche und was jetzt? Einfach nur chillen? Oder doch lieber einen langweiligen Job? Nee, oder? Wie wäre es damit? Zusammen die Zukunft bewegen mit einer Ausbildung als Industriemechanikerin oder Industriemechaniker bei Lödige Industries. Du bist neugierig geworden? Dann stellen wir uns jetzt erst einmal vor. Der Hauptsitz von Lödige Industries befindet sich in Deutschland, genauer gesagt im beschaulichen Schärfede. Das hier wäre dann auch dein möglicher Arbeitsplatz. Weltweit haben wir über 1000 Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam haben wir bereits über 50.000 Projekte in über 40 Ländern erfolgreich abgeschlossen. Darunter sind Länder wie Großbritannien, Finnland, die USA oder Saudi-Arabien. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie du uns dabei unterstützen kannst, oder? Ganz einfach. Als Industriemechanikerin oder Industriemechaniker gestaltest du den Materialfluss auf der ganzen Welt mit. Hey, ich bin Thomas. Ich bin hier als Ausbilder zuständig. Ich arbeite hier seit vier Jahren bei der Lödige Industries. Die drei Haupttätigkeiten als Industriemechaniker sind hauptsächlich montieren, zersparen und schweißen. Mein Name ist Herr Niklas Stöber. Ich heiße Jonas Kaufmann. Ich bin Malte Schauf. Ich bin Jonas. Bei der Firma Lödige bekommt man halt genau den ganzen Ablauf mit, von Anfang bis Ende. Das heißt, von der Anlieferung des Rohmaterials über die Bearbeitung, dann durchs Schweißen, durchs Lackieren und dann bei uns in der Endmontage durchs Fertigen montieren. Es ist ein besonderer Spaß mitzubekommen, was aus normalem Stahl werden kann. Am meisten Spaß macht mir bei Lödige die Endmontage. Das heißt, dass wir hier zum Beispiel wie jetzt gerade einen Kettenförderer zusammenbauen. Das heißt, dass man die Teile in der Zeichnung raussucht, wo was hinkommt. Dass man die richtigen Schrauben nimmt, anzieht, hinterher dann beim Probe durchlaufen sehen kann, wie der Kettenförderer fertig funktioniert. Eigentlich ist es so abwechslungsreich. Also hier in der Firma zumindest, du stehst nicht nur zum Beispiel den ganzen Tag vor der Drehbank oder so, sondern du machst verschiedene Aufgaben, kannst Schweißen, kannst andere Sachen kennen und so. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Die Endmontage hier macht sehr viel Spaß. Das Zusammenschrauben von den ganzen Endprodukten, dass sich dann eine Maschine daraus formt, das zu sehen ist immer ganz toll. Du möchtest gemeinsam mit uns an internationalen Projekten arbeiten? Sehr gut! Dann solltest du das mitbringen. Ein Realschulabschluss. Zielfähigkeit. Technisches Verständnis. Handwerkliches Geschick. Also, chill nicht auf der Couch oder arbeite in einem langweiligen Job. Bei Lödige Industries kannst du richtig was bewegen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung an personalwesen-at-blodige.com